und jetzt kommentieren sie wieder all das was ihnen wichtig ist also legt los jungs hier sind brand und buttermann so käffchen ist getrunken also ich hoffe du hast auch was denn wir brauchen starke nerven das ist nicht glauben könnte meine urinpumpe oder so sondern das ist tatsächlich grüner tee den ich mir geholt habe weil ich habe festgestellt dass ab einem gewissen alter muss man doch mehr auf die gesundheit achten ich habe viel grünen tee getrunken aber immer wenn ich kaffee trinke kriege so komisch trockene augen und habe ich gedacht ich trinke mal wieder grünen tee und da geht es mir wirklich besser muss man sagen okay und ich habe gehört da kann man noch ordentlich vom pullern also das treibt die harnröhre und den generell den den harnbereich gut an oder ist das so das habe ich jetzt noch nicht gemerkt aber wir werden es gleich wenn ich zwischendurch wegrennen weißt du bescheid wo ich bin sehr schön da haben wir auch kennst du noch professor hademar bankhofer von rd plus der konservator aus den 80er 90er jahren das war jetzt so ein bisschen dein job grüner tee die empfehlung des tages die ja nicht empfehlung des tages es schaut euch bitte nicht auf dem kanal von mike z oben denn da können euch videos entgegen fliegen die toxische sind die narzisstisch angehaucht sind und die einen angeblichen skandal vermuten lassen der am ende aber vielleicht gar kein skandal ist also müssen kurz sagen wir haben das letzte mal am sonntag in unserem live stream darüber gesprochen und da war es dann so dass gerade zu dem zeitpunkt als wir fertig waren hat ja michelle ihr video veröffentlicht auf instagram wo sie sozusagen reinen tisch macht sie spricht ja über ein video was er gefilmt hat was allerdings schon er gefühlt 50 frauen weitergeschickt hat das heißt eigentlich war es gar nicht geheim denn es hatten schon ganz viele da ging es wohl darum dass er auf dem bett liegt sie films mit dem handy sie sagt hör bitte auf mich zu filmen hör bitte auf mich zu filmen und er nicht aufhört sie dann wohl hingeht ihm versucht das handy aus der hand zu reißen dabei zieht er das handy weg und sie streift mit ihrem daumen seinen seine stirn und hat dann einen kratzer dort allerdings war das nur ein minimaler kratzer so ihre aussage und dann ist er wohl ins bad gegangen hat diesen kratzer vergrößert weil er ist vom beruf special special make-up artist hat die wunde vergrößert hat er eventuell so ein tröpfchen blut noch rausgequetscht das schön verschmiert davon ein foto gemacht ein sicherheitsfoto weil man könnte das ja irgendwann mal gebrauchen und hat sie sagen wir mal so die letzten wochen und monate mit diesem video erpresst das muss man ganz klar so benennen denn er hat immer wieder auch in seinen youtube live videos gesagt wenn ihr alle wüsstet was und so weiter wenn ihr wüsstet wie michelle wirklich ist und hat immer wieder und immer wieder gesagt ich werde da was offenlegen und so weiter und nachdem also michelle sozusagen an die öffentlichkeit am sonntag gegangen ist so ich erzähle euch mal meine version der geschichte und hat erzählt was es mit diesem video auf sich hat und wie es in wirklichkeit war nämlich dass am nächsten tag schon überhaupt kein kratzer mehr zu sehen war ja fand mr mike das so gar nicht lustig und fühlt sich falsch dargestellt und hat gestern abend eine art rechtfertigungs video gemacht und da würde ich mit dem mal gerne reinschauen würdest du kurz noch was zur thematik kratzer video sagen oder wollen wir erst mal reinschauen vielleicht kurz also ganz wichtig ist es ich komme ja auch aus dem bereich fernsehformat entwicklung kreativität und sowas und da ist es ja eine goldene regel also was zumindest in unter meinen führungen immer so in kreativen bereichen egal was jemand sagt egal man sagt erst mal etwas positives bevor man sagt was für eine scheiß idee macht ja gar keinen sinn ist viel zu teuer und so weiter und so fort sagt man erst mal was positives deswegen würde ich mal damit anfangen bevor wir jetzt in die tiefe gehen also positiv ist der mike hat zum ersten mal erfolgreich video und zwar in einer anderen dimension das muss man jetzt mal schon mal sagen das ist wenn ich das richtig verstanden habe ist das ja über 10.000 klicks innerhalb von zwölf stunden fünfzehn ja irgendwie sowas in der richtung also das heißt für ihn schon mal ein erfolg da muss man erst mal sagen das ist doch nicht für ihn mal jetzt eine gute nachricht weil dann gibt es von youtube ein bisschen mehr geld und dann ist der kühlschrank auch gefüllt und dann kann man möbel kaufen und so alles gut so erstens zweitens er heute veröffentlicht nancy faeser die kriminalitätsstatistik für deutschland gleichzeitig fehlen in deutschland 1,4 millionen wohnungen die wirtschaftslage ist eine katastrophe immer mehr firmen machen dicht in berlin sind ich glaube inzwischen 82 prozent der berliner abhängig vom staat was ihren ihr geld betrifft also ihre ihre sie entweder beamte oder sie leben auf stütze die stadt ist völlig verdreckt deutschland an sich geht den bach runter ist alles eine riesenkatastrophe ich wollte ich sage das deswegen weil das ist die welt und jetzt kommt diese klitzekleine klitzekleine zugegebenermaßen spannende welt über die wir hier reden und man muss dann immer glaube ich zwischendurch wieder sagen freunde das ist jetzt nicht das wichtigste ding der welt und es ist nicht das größte der welt und diese diese menschen fühlen sich ja alle immer als mittelpunkt von allem das ist überhaupt nicht der fall sondern wir sind hier eine kleine interessierte unterhaltungsfrohe blase die sich mit diesem thema beschäftigt und ich glaube ich weiß ich wollte einfach mal einmal vorher sagen dass wir weil es ist so dass die menschen glaube ich tag und nacht inzwischen und dann immer diese nummer zwischen michael und mich michael und der eigentlich michael heißt und sich mark nennt das ist auch echt anstrengend und es tut mir wirklich habe es mehrfach schon gesagt ja der hat uns ja vorgeworfen nachdem wir einmal lieber gott wie konnte es dazu kommen auf der einen seite auf der anderen seite haben wir auch erfolgt dadurch aber nachdem wir einmal was gesagt haben dann haben wir von ihm auf den sack bekommen da sind wir ein bisschen tiefer eingestiegen du als pseudo-journalist hast dann alle möglichen nachrichten bekommen und dann recherchiert und ich auch und dann am ende kommt da so viel dreck raus und das sind wir der alten kanal dann sind wir bibis im bad hat und was nicht noch alles wirklich irgendwann werden wir alle und keine ahnung müssen wir ein penis vergleich machen und so es wird wirklich furchtbar enden wenn wir nicht immer wieder im kopf haben die welt an sich hat andere probleme so wenn wir das haben dann können wir jetzt einsteigen in dieses wirklich spannende kleine pflänzchen am rande der realität ja und gib mir gerne an ein handzeichen wenn du da meine bist da willst du jetzt was zu sagen damit ich es übrigens ganz kurz mal schauen wir in die augen es ist ja er hat ja eine schöne augenfarbe ist eine schöne kombination erst mal muss ich sagen styling mäßig ne also ich glaube mit palm angels kenne ich mich gut aus ich bin mit gary barlow von take that der sänger von take that sind wir die beiden main promoter dieser marke gewesen vor vier jahren als die rauskam oder bekannter wurde sag mal so und ich bin mir nicht sicher ob dieses shirt ein original ist weil dieser dieses gestickte drauf habe ich ich will das jetzt also aber das gibt es vielfach als kein witz jetzt also tatsächlich gibt es genau dieses ding vielfach jahr in diesen türkischen märkten und ich würde mal gerne wissen was hinten drauf ist weil dann könnte ich sagen ob es echt ist oder nicht aber gut man kann nicht alles sehen dass das eine das zweite ist ich finde das styling mäßig mit der roten kappe dem dem dunklen bad und den dunklen sweatshirt sehr gut man muss immer auch was gutes sagen zwischendurch so jetzt passiert ja eigentlich folgendes jetzt ist es so dass also michelle hat ja etwas veröffentlicht um sozusagen ich hatte es ja nicht veröffentlicht um es ihm zu zeigen sondern um es der community zu zeigen die sich da gedanken macht was da wohl los ist und um dieser impressung zu entgegen um ihm den wind aus den segeln zu nehmen genau jetzt antwortet er ja ihr hier auf diesem kanal ist ja nicht das erste mal und dass ich ehrlich sagen muss ich verstehe nicht warum er nicht einfach das telefon nimmt und dann hinterher wenn er mit ihr gesprochen hat sich hier hinsetzt und sagt liebe community ich habe mit michelle gesprochen ja das war so dass ich das oft gesagt habe dass ich da irgendwas gegen seine hand hätte wir haben darüber uns ausgesprochen wir wollen jetzt beide nicht mehr darüber reden thema durch das wäre zugegebenermaßen nicht so entspannendes video das wäre zugegebenermaßen nicht so viel drama es wäre zugegebenermaßen keine chance die augen zuzumachen und tief zu atmen und sowas alles und sich als geprügelter hund darzustellen das wäre das alles nicht aber unter der überschrift mike und michelle zwei erwachsene menschen klären ihre probleme aber das dann werden das aber keine 10.000 klicks jetzt das weiß ich nicht weil wenn es dann beendet ist kriegst du auch noch am ende kriegst du mal eine schöne endquote vielleicht finale wir aber gut gucken wir weiter was passiert er sagte ist kein kind von traurigkeit das klingt danach als hätte er mitgenommen was nicht bei drei auf den bäumen gewesen aber es hat er doch während der ehe auch ich habe ja alleine schon zu fünf frauen kontakt wo da also es war doch während der ehe lief da auch ständig was ja die frage ist dass also was ja wir wissen ja nicht alles und es kann natürlich sein dass ja das stimmt das mag vielleicht stimmen aber es ist kann ja sein dass er zum beispiel dieses mit den frauen als beglücken von frauen wir haben ja festgestellt auch aus den mails von diesen frauen mit denen oder kontakt hast und haben ja alle gesagt dass er da zumindest in einem gewissen bereich interessante erotische offerten anbieten kann also qualitätsdienstleistung anbieten kann und jemand der etwas gut kann also ich nehme jetzt mal ein tischler zum beispiel der gut schnitzen kann oder ein schlachter der gut schlachten kann gibt es ja auch ein ficker der gut ficken kann das wollte ich nicht sagen aber auf jeden fall einer der also ein erotik star der gut erotik kann so und wenn es dann so ist dass das eine dienstleistung ist die er kann dass es ein handwerk ist ein handwerk und peniswerk was er kann wenn es tatsächlich so ist dann kann es ja sein dass das sein beruf ist andere frauen zu beglücken dass er auch davon lebt und dass das ein teil seines sagen wir so dass es ein in seinem lebensmodell dazugehört er kann ja sein dass mit den anderen frauen zum beispiel ohne küssen du hast ja erzählt dass das meistens dass die frauen immer auf dem bauch liegen müssen das spricht ja schon mal dafür dass es deine dienstleistung ist eben und nicht liebe und dass er mit seiner frau also ganz schön romantischen sex hat und mit diesen anderen frauen beruflich unterwegs ist und das wäre jetzt sehr ungerecht wenn wir ihn jetzt darstellen als ein fremdgeher wenn er in wirklichkeit aus beruflichen gründen das machen muss wir dürfen ja nicht du kannst ja nicht jemand seine berufliche existenz rauben das ist nicht schön das heißt die frau die frau darf auf dem rücken liegen die frauen in seinem beruf nur auf dem bauch ich sage mal als beispiel also ich bin ja ich bin in der branche drin ich kenne mir nicht aus aber ich kenne zum beispiel das rotlicht in hamburg ja sehr gut und war da in den 80er 80er jahren schwer unterwegs und so und kenne da jetzt auch alles was rang und namen hat und da kenne ich auch einige damen die das beruflich sozusagen auch da unterwegs waren und da ist es ja auch so dass die dass das 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 geschäft mit dem freier sozusagen ist ein handwerk fußwerk muschiwerk irgendwas und das ist aber auf jeden fall beruflich und es hat es nicht zu vergleichen mit dem was man privat macht auch wenn der prozess an sich vielleicht der gleiche ist und wenn das bei ihm auch so ist dann tun wir ihm hier sehr unrecht wenn wir einfach so sagen dass er ein notorischer fremdgeher ist weil das macht er gar nicht sondern das macht er zum lebensunterhalt das ist seine arbeit vielleicht genau und das was bei bei prostituierten die ja glaube ich wenn ich richtig informiert bin gerne sagen freier werden nicht geküsst auf dem mund die ihre freiheit nicht auf dem mund küssen so ist es vielleicht bei mike so gewesen dass die ihn einfach nicht angucken dürfen ins gesicht währenddessen wir wissen es ja nicht wir sind ja nicht drin in der aber ich sage es kann da möchte ich kurz was sagen und ich möchte möchte natürlich so ein bisschen auch die intimsphäre waren aber ich kann dir sagen man hat mir gesagt nein sie hat nicht bei ihm übernachtet und nein es ist auch sexuell nichts gelaufen da steht dabei war doch dabei hatten doch andere quellen uns erzählt dass michelle vor allen dingen böse war auf ihn weil er nie genug sex mit ihr haben konnte wollte war das so na wenn wir dieses wenn wir dieses video was er veröffentlicht hat gleich anschauen da geht es wohl so behauptet er darum dass er sagt sie wolle sex haben sie hätte ein anrecht darauf und er gesagt nö wenn wir uns ständig streiten dann habe ich keine lust auf dich und sie fordert das ein das ist seine aussage aber ganz ehrlich auch das muss man sagen wenn ich jetzt mal mit einem schlachter verheiratet bin also als frau und und sagt dann schatze ich hätte mal gerne bratwurst und ich liefer dann die bratwurst nicht wo ich doch fachmann für die bratwurst bin und ich mir dann die bratwurst woanders holen muss das ist doch nicht schön das ist doch nicht was was man ernsthaft machen kann das stimmt und ich würde jetzt mal gerne zu der stelle weitergehen wo wir uns jetzt das video anschauen